Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und derzeit gibt es wieder einen krassen XP-Bug, einen krassen Spieler-Erfahrungspunkte-Bug, mit dem ihr super, super schnell leveln könnt. Der ist derzeit durch Zufall im Stream aufgekommen und wird wahrscheinlich auch wieder in kürzester Zeit von Star Stable entfernt werden. Das heißt, wenn ihr diese ganze Sache nutzen wollt, solltet ihr auf jeden Fall schnell sein. Und da das gestern sowieso direkt schon alle Leute gesehen haben, können wir einfach auch direkt darüber reden, wie das Ganze funktioniert, wie ihr das Ganze super einfach machen könnt. Einfach direkt aufpassen, denn es geht super einfach und super schnell. Für den ganzen XP-Bug müsst ihr einfach nur hier zu Frau Holzworth auf dem Festtagsgelände gehen und darauf achten, dass sie ihre tägliche Aufgabe hat, also dieses blaue Ausrufezeichen hat. Dafür müsst ihr einfach dann nur zu Frau Holzworth hingehen, nehmt ihre tägliche Aufgabe an, seht ihr auch hier nochmal daran, die brauchen mehr Torte-Aufgabe und dann startet ihr den Koch-Bug-Wettbewerb bei der guten Frau Holzworth und dann müsst ihr nichts anderes tun, als dreimal etwas falsch machen. Ihr fangt am besten damit an, Ei reinzugeben, müsst ihr aber gar nicht, denn ihr könnt einfach irgendwie wild alles durcheinander machen. Ihr schnappt euch einfach die Sachen, packt sie wild irgendwie in die Sachen rein. Es ist völlig egal. Hauptsache, das Ganze ist falsch. Denn wenn ihr das Ganze dreimal falsch eingegeben habt, springt nämlich Frau Holzworth's Quest von der täglichen Aufgabe auf die anfängliche Aufgabe zurück und ihr habt hier unten diese Zeit, dann diese Aufgabe wieder anzunehmen. Zeit für Teig und dann gibt sie nämlich urplötzlich 150 Spielererfahrung und dazu nochmal diese ganzen Feuerwerkskörper, auch nochmal Pferderfahrungspunkte und 120 Schillinge auch nochmal on top. Das heißt, ihr könnt damit easy peasy euch einfach auch nochmal eine ganze Menge Schillinge verdienen und auch damit die ganzen Outfits euch dann hier auch auf dem Event leicht kaufen, denn ihr bekommt damit eine ganze Menge Schillinge. Wenn ihr das Ganze dann richtig gemacht habt, hat Frau Holzworth's wieder diese tägliche Aufgabe. Also ihr könnt dann das Ganze einfach von vorne machen und somit die ganze Zeit, wenn ihr möchtet, euren Charakter nach oben leveln. Das Ganze dürfte nicht besonders lange funktionieren und ob Star Stable das Ganze wieder als Rollback macht, also ob ihr denn diese Erfahrungspunkte behalten dürft oder eben nicht, kann ich euch hier nicht sagen, denn Star Stable hat beim letzten Mal ja das Ganze zurückgestuft. Das heißt, wenn ihr das Ganze macht, kann es natürlich passieren, dass Star Stable euch diese ganzen Erfahrungspunkte, die ihr euch jetzt hier mitholt, eben wieder entfernen wird. Aber natürlich ist es eine Möglichkeit, hier nochmal schneller zu leveln, als Star Stable sowieso momentan die ganzen Erfahrungspunkte reinmacht und dadurch levelt ihr derzeit sowieso eine ganze Menge schneller, als es jemals in Star Stable der Fall war. Und somit habt ihr eine ganze krasse Möglichkeit, noch schneller euren Charakter hochzubringen. Die Sache ist übrigens die, dass auch bei Star Stable das natürlich so ist, dass 30 das maximale Level ist und ab 25 ihr den maximalen Speedwert erreicht habt. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die ganze Sache dann hier übrigens so machen, dass ihr das Ganze eh falsch macht ab einer gewissen Zeit, denn die dreimal habt ihr natürlich trotzdem als Möglichkeit, das Ganze falsch zu machen. und damit könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, einfach euch die langen Laufwege, wie jetzt hier nach hinten zu gehen, einfach ersparen und damit das Ganze auch nochmal zeitlich ein wenig abkürzen. Somit aber dann auch zu der Sache, ich denke mal, gerade da es gestern auch schon ziemlich die Runde gemacht hat, dürfte das Ganze nicht so lange mehr funktionieren. Beim letzten Mal hat Star Stable das Ganze zeitnah dann wieder entfernt. Also von daher, keine Ahnung, wie lange das Ganze funktioniert, aber ihr seht es jetzt selber hier. Ich habe jetzt dann hier diese Quest abgeschlossen, habe dann damit auch die Quest hier fertig, habe diese ganzen Belohnungen bekommen und habe eben wieder die tägliche Aufgabe und kann das Ganze eben dadurch wieder von vorne starten. Ich hoffe, dass ich euch damit ein wenig weiterhelfen konnte. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.